So, wir haben uns jetzt mal getraut, ein Boot zu nehmen und auf diesen Fluss, wie auch immer hier heißt, längst zu fahren. Und es sieht sehr skurril aus und überall schwimmt alles und so. Aber endlich wird man lüft, hier ein Wind und es ist nicht mehr allzu warm. Hier haben wir den Elendsvirmen, alles zusammen gebastelt. Aber auf der anderen Seite kann es auch schon wieder sehr exklusiv sein. Das ist Bangkok City. Regenzeit in Bangkok, wir sind flitschnass. Wir warten hier jetzt schon eine Stunde, dass endlich mal der Regen aufhört, aber er will und will nicht. Es regnet immer wieder weiter. Nicht so wie die beschalten durch die Spitzen. Egli, 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 egli.